Unser Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz war in Didorf und wir haben zusammen die Firma ProTeko in Lettenbach besucht. Durch die Geschäftsleitung und Mitarbeiter haben wir einen interessanten Einblick in das Tätigkeitsfeld der Firma erhalten und die Wünsche der Firma an die Politik erfahren. Außerdem durften wir den tollen Ausblick vom Geschäftsgebäude über unser Schmuttertal genießen.